Nochmal kurz was zum Bike. KDM RC390. Ich bin sie persönlich noch nie gefahren. Viele werden es wieder sagen, es ist doch eh viel zu klein für dich. Aber gut, habe ich ja eigentlich immer so meine Probleme. Was ist daran gemacht? Wie ihr seht, auf jeden Fall eine Rennverkleidung drauf und eine Accra Auspuffanlage. Andere Fußrastenanlage ist drauf und ansonsten kann ich im ersten Moment gar nicht so viel Anlass erkennen zu einer Standard RC390. Das würde auf jeden Fall Spaß machen. Sie haben zu uns doch gesagt, dass wir uns gar nicht so arg reinlegen können vom Hang-Off her, weil die Reifen wohl ziemlich schmal sind und da gar nicht so eine krasse Schräglage bzw. die Fußrasten aussetzen möglich ist. Ich bin mal gespannt. Ich fahre zum ersten Mal. Ich hoffe, ich bleibe 's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.